LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ort schaffen. Beziehungsweise Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Stellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause. Wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach alles sein kann. So, hallo und willkommen auf LTE-Messwagen.de. Aktuell sind wir in Stafflangen, Landkreis Biberach. Auch hier ist LTE möglich. Dann machen wir mal eine Speed-Messung. So, Download von knapp 6000, Upload von fast 16.000. Dann fahren wir jetzt mal weiter in den Ortskern und machen noch eine zweite Messung. also können wir jetzt im Tatort auch einen einen Begegriffchen nach, wenn wir da raus nur einen Pilze haben, So, jetzt gibt es three. So, dann fahren wir mal hier schnell an diese Bushaltestelle und machen eine Redaktion. Also auch im Ortskern gibt es LTE. Ohne Antennenausrichtung haben wir einen Download von über 3.000, Upload von knapp 15.000. Also hier ist mit Sicherheit das LTE 7200 möglich. Alle weiteren Informationen auf LTE-Messwagen.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.